die posche 2 runen armband das ist neues da gibt es die ep boost materia ich meine nicht dass ich jetzt noch bräuchte ich bin ja maximal 11 da gucken wir doch mal das machen wir gleich noch mal der hat gesessen Jaja, mach dir mal deinen Frosch. Ich weiß halt gar nicht, ob es da einen Schutzgegen gibt. Irgendwie. Eigentlich, also im Original war ja nur die Schleife kurz dagegen, beziehungsweise Schmuckband oder wie es hieß. Ich weiß noch nicht, ob es da hier irgendwas gibt. Weil gerade für den Hard-Mode wäre das natürlich schon geil, wenn man da ein bisschen Schutz hätte. Aber da war es. Wie schmeckt dir das? Ist ja eigentlich Feuer, ja. Ja, ich kann beschwören, aber Karfunkel nützt mir jetzt gerade nichts. Schauen wir ihn mal Feuer drauf. Mal gucken, was passiert. Okay, er ist tot. Das passiert. Ja, komm. So, einmal Feuer. So, der Rank-3-Soldat. Na ja, der ist gegen Barret ja ziemlich machtlos, ne? Zumindest im Schock-Zustand. So, Blitz. Ja, hat er tatsächlich. Genau, jetzt geht's erst richtig los. Mit Blitz. Sehr schön. So, tiefer noch. Ich weiß gar nicht, was die Fähigkeit hier ist. Alles klar. Sollte ich vielleicht ein bisschen weiter dran stehen. Nochmal das Ganze. Ja, nicht Kampfrausch. Äh, Kampfrausch. Kampfrausch meine ich. So. Und nochmal. Ich könnte ihn jetzt auch mit Feuer killen, aber hey. Wieso? Das war ein gutes Prämium. Wie? Da bist du wieder. Ich denk, du bist arbeiten. guckst du wieder heimlich auf arbeit oh Tifa hat kein feuer Hey, this is our dove Schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Yo Ach, hast noch bisschen Zeit, okay Oh So, am Schock sagst du nichts mehr, ne? Da sagst du nichts mehr. So, der nette Herr-Soldat und tschüss. So, dann wollen wir mal. Blitz haben wir auf jeden Fall im Gepäck. Haha, Donnerwetter, genau. Haha, das nenne ich quickly, ja genau. FIFA ist schon cool. So, weißt du was, was so schön war, oder auch nicht. Das hasse ich so an dem Kampfsystem, das hasse ich so, die Aktion wird einfach nicht zu Ende ausgeführt, ne? Da kannst du machen, was du willst. Könnten wir im Moment, ah, fängt die, fängt die wieder rein, Mann, jetzt geht doch mal da raus, ey, einfach raus wollen. Ist das so schwer? Könnte ich mal Lawyer-Fällen ausprobieren. Mal gucken, was da so alt ist. Abschlussabschluss-Attacke gemacht. Was hat er überhaupt so? Wasserstrahl. Wasserstrahl. Okay. Na, dauert noch ein bisschen. Gleich geht's los. Tschüss. Ah, ich wollte gerade sagen, das hat ihn erst nicht gekillt. Ahaha. Das war ein gutes Training. Ohne Armband. Zweier Team, Vs. der fliegende Versus der fliegende Zirkus. Klingt, als könnte ich auch Barret gebrauchen. Da kann der auch gleich noch seine Waffenfertigkeit erlernen. Gute Arbeit. Ja, so kann's weitergehen. Und Barret, füll mal deine ATP-Leiste. Ich mach's selber. Ich mach's einfach selbst. Hier geht's haus. Hier. Ein Bastard. Verstehling? Na? Zäugier eine Verstrügel. Wir gehen aber genau wie geplattet. Der hat es schon gelernt, oder warum kriege ich hier gerade... Ach doch, ich kriege noch einen Geschicklichkeitsbonus, okay. Ich zähle auf dich. Du hast schon ungeduldet. Der geht auf uns. Verzieh dich. Du hast du einen Anzug. Verzieh dich. Genau wie geplant. So, wie oft muss ich ihn denn noch machen? Muss doch bald mal erlernt sein. Wir werden für nichts Zeit machen. Bis wir uns... So. ach so der braucht zwei adp leisten deshalb hat die nicht hat er da gute ladehemmung ich verstehe die technik nicht na egal wir haben es erlernt das reicht so eventuell gegen luft wenn es trifft also es heilt ihn ok hmm Tiefer natürlich Analyse. Autsch. Nein, das habe ich glaube ich gar nicht. Also nicht ausgerüstet, ich habe es schon. So, Guild Boost. Nice.